Natascha! Bist du bereit? Raus, raus, ich bin im Klo hoch. Komm raus, du! Willkommen in meinem grandiosen Leben. Zu diesem Zeitpunkt, meine Damen und Herren, habe ich noch keine Ahnung, wie es wirklich um mich bestellt ist. Aber Gott sei Dank weiß keiner von uns, was das Leben mit ihm vorhat. Ich habe nichts gesehen als nichts. Du riechst erfolgreich. Du riechst erfolgreich.